Liebes Publikum, heute am 2. April wollten wir eigentlich unser 8. Sinfoniekonzert für Sie spielen. Eine Uraufführung mit Musik von Nestor Taylor und dann Werke von Franz Liszt und Ludwig van Beethoven hatten wir für Sie geplant. Das ist nun leider aus den bekannten Gründen nicht möglich. Um Ihnen trotzdem ein wenig Musik zu ermöglichen, präsentieren wir Ihnen heute einen Mitschnitt vom letzten Jahr. Im Juni 2019 haben wir als Spielzeitabschluss unser Wunschkonzert für Sie gespielt. Damals konnten Sie unser geschätztes Publikum per Abstimmung Ihr eigenes Konzertprogramm zusammenwählen. Am Ende gab es wunderschöne Musik von Mozart und Beethoven über Grieg bis hin zu Smetanaus Moldau. Wir freuen uns, Ihnen dieses Konzert heute noch einmal als Mitschnitt präsentieren zu können. Und wir hoffen, dass wir bald wieder live im Theater Erfurt für Sie musizieren können. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Ihr Miron Michaelidis Erfurt für Sie. 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 Das war's. 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 Das war's.